Wir sind heute bei Smart in Köln, um uns das Smartboard 6000S Interactive Display genauer anzusehen. Das Smartboard 6000S ist gegenüber seinem Vorgänger komplett neu entwickelt worden, um ein noch präziseres Touch- und Schreiberlebnis mit der neuen Smart ToolSense-Technologie zu bieten. Das Convenience-Panel ermöglicht den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen wie Stand-by, die Lautstärke oder ein Bildschirmvorhang bzw. die Freeze-Funktion. Ein neuer Sensorbereich am Smartboard 6000S ermöglicht das Anpassen der Helligkeit an das Umgebungslicht sowie das Auswerten von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die beiden techniklosen Stifte ermöglichen das zeitgleiche Schreiben in unterschiedlichen Farben über jeden Inhalt. Die Smart Ink Werkzeugleiste dient unter anderem zur Farbwahl und zum Anpassen der Strichstärke. Schreiben, Verschieben und das Löschen mit der Handfläche kann, wie bei allen Smartboard Interactive Displays, mit mehreren Anwendern gleichzeitig durchgeführt werden. Zusätzlich zu den zwei mitgelieferten Stiften lassen sich durch die brandneue Smart ToolSense-Technologie weitere Stifte und Werkzeuge einsetzen, die direkt mit der Oberfläche des Smartboard 6000S interagieren. Mit Hilfe des neuen Home-Buttons und der optischen Quellenwahl von Smart IQ kann man durch das Live-Vorschaubild direkt den gewünschten Anschluss auswählen, ohne zu wissen, was etwa HDMI 1 bedeutet. Die Quelle lässt sich individuell umbenennen und als Favorit auf den Home-Bildschirm legen. Apropos Quellen. Durch den freien OPS-Slot aller aktuellen Smartboard Interactive Displays kann direkt ein leistungsstarker Smart-Einschub-PC verwendet werden. Neben den Anschlüssen an der Seite erlaubt es das Smartboard 6000S auch direkt am Convenience Panel etwa bequem einen zusätzlichen Laptop zu verbinden oder einen USB-Stick zu nutzen. Selbstverständlich werden die angeschlossenen Geräte immer automatisch zur aktiven Bildquelle durchgereicht, egal ob dies ein Computer oder die PC-lose Oberfläche ist. Wie alle Smartboard Interactive Displays hat auch das Smartboard 6000S einen PC-losen Betrieb, Smart IQ, der auch ohne angeschlossenen Computer ermöglicht, eine Whiteboard-Funktion zu verwenden mit diversen Hintergründen, Web-Bildsuche, Messwerkzeugen und einer Freigabemöglichkeit, sodass die Whiteboard-Inhalte von anderen Teilnehmern über einen Webbrowser eingesehen werden können. Außerdem existiert dort ein Webbrowser, über den mit den Stiften annotiert und das Ergebnis als Screenshot gespeichert werden kann. Der Player öffnet Dateien im Smart-Notebook-Format oder PDFs zur Verwendung direkt am Smartboard Interactive Display. Das Screensharing mit bis zu vier Geräten, entweder nativ per Apple Airplay, Google Cast oder Microsoft Miracast oder per kostenloser App runden die Möglichkeiten dieses PC-losen Betriebs ab. Und sollten Sie immer noch nicht genug haben, dann können Sie auch mit der Smart Remote Management Software weitere Android-Apps wie AccraVit Reader, Microsoft PowerPoint oder OneNote auf dem Smartboard Interactive Display installieren. Für weitere Informationen zum Smartboard 6000S Interactive Display sprechen Sie gerne Ihren zuständigen zertifizierten Smart-Fachhandelspartner an.